Da kann man auch noch erinnern, da haben wir immer diese Rückbiete, diese ausfüllten Bögen. Na, wir haben das geheißen, na, dieses, na, Dings. Na ja, da haben sie also jedes Mal am Ende vom Semester haben wir natürlich, wir freiberuflich, also wir durften ja nur bestimmtes Kontingent arbeiten. Also wir waren auf Kontingent, waren wir praktisch engagiert hier. Geduldet sage ich jetzt einmal. Und dann habe ich, na, ich habe das volle Deputat gehabt, im Laufe, also im Laufe der Inhalts, also praktisch innerhalb der Menge, die man maximal praktisch machen durfte. Und dann habe ich zum Beispiel viel gehört von den Studenten, die haben mir viel erzählt. Ja, aber ich war loyal, ich habe da nichts gesagt, ich habe mir das auch gehört. Und dann habe ich gedacht, okay, also das war dann so, dass zum Beispiel mir erzählt wurde, dass zum Beispiel die männlichen Kräfte, also die männlichen Dozenten, die natürlich fest, also die Professoren, Entschuldigung, die Professoren, dass die nicht einmal die Leute anschauen beim Reden, dass die nicht einmal einen Hauch von einer strukturierten Stunde zum Beispiel halten, dass die zum Beispiel nicht einmal mit den Leuten richtig reden, dass die nicht einmal die Leute anschauen, also die zum Beispiel schon den ganzen Tag vielleicht irgendwas an die Tafel kritzen und nicht einmal gescheit mit den Studenten reden. Verstehen Sie das? Ja gut, ob es alles stimmt, ich weiß es nicht, aber es hat sich schon geholfen von verschiedenen Seiten. So, und dann war es so, dass sie, dann musste ich immer diese, na diese, na, also halt Rückmeldungsbögen musste ich ausfüllen lassen für die Studenten, jetzt mal am Ende vom Semester. Also wie praktisch mal, ich weiß ja gar nicht, ich habe immer hervorragende Benotungen gekriegt müssen zu mir, sind die Leute ja auch persönlich hingegangen, haben mir das immer gesagt, aber ich weiß nicht. Und dann hatte ich immer diese Anrufe von dem einen Professor, das war nicht mein Direktorchef, sondern ein anderer, der wiederum den anderen angezickt hat, na der war irgendwie da oben aus, ach Gott, wo diese Fußball, wo diese Crew da oben, ach diese Dings, wie haben das geheißen, na und der andere, der hat den immer angezickt und hat die ganze Zeit intrigiert, der Arsch.